Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin auf der Artilleriefeier liegt. You listen to me, Bub! No one makes my daddy wash dishes! He's done with your stinky job and your stinky restaurant and another thing! 12 Kilometer bis so stark ist der Russische schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffe von Führung sofort aufringen! Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russische steckt fünf Kilometer vorm Stadtkampf und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!